So, wir müssen nachdenken, Scavs, über 40 Meter, Beine, Kopf und allgemein töten. Ja, naja, ich weiß, erst im Kampf merke ich, ob es Mist ist, aber mir hat jetzt gerade der ganze Sättigungskram schon nicht gefallen. Weißt du, was ich meine? Nicht von wegen, dass es sinnvoll sein könnte, sondern das Spiel sieht für mich so künstlich aus, dass ich gar keinen Bock habe, da rumzurennen. Ich spiele hier kein Fortnite. Minus? 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 Denke, der ist nach oben gelaufen, oder? Ja, einer ist nach oben gelaufen. Was? Hä? Wow. Ey, Wladu hat mich erschossen, glaube ich. Nein, ich habe dich nicht erschossen. Warte, jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine Granate kennengelernt. Ich habe gar nichts gehört. RGD. Ja, er hat eine scheiß Granate gezogen. Ey, Junge, ich habe das Ziehen, das Detonieren nichts gehört. Wow. Ach, ist das für ein Arsch. Dieses Spiel, Mann. So, ich muss erst mal essen und trinken. Da ich gerade. Uli. Über uns. Jo, SVD. Kommt. Nicht hier. Egal, was du tust, mach nichts. Ja, bin bloß aus der Kiste. Der klippt sich. Aber wir brauchen zu lange nach oben. Ich höre gar nichts. Doch, doch, der klippt sich. Direkt rechts über dir. Wenn er sich jetzt nochmal anfängt zu klippen, renne ich hoch. Nee. Kommt doch irgendwas? Huch. Zwei. Und mehrere. Hilfe. Diablo. Diablo. Danke. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ach, er erschießt beide. Junge, du. Er erschießt mich mit. Ich wusste nicht, wo du warst, Digga. Du hast auch voll, ich weiß nicht, wo du hingeguckt hast. Der Typ und ich behaken uns zwei Meter von dir entfernt. Ja, ich wusste nicht, ey, ich hab nach oben geguckt. Ich wusste nicht genau, wo du direkt warst. Da, vorne kommen sie. Sag ich doch. Ja, bei mir kommen gleich Spieler lang. Entweder einer oder mehrere. Ja, da kommen sie. Zwei. Gehen zum Scaf hin. Gehen ins Haus, glaube ich. Ja. Das ist der tote Scaf. Ich glaube, die sind halt schon wieder ganz woanders. Das ist das Problem jetzt. Bei mir sind sie. Oh shit, ich komm. Hab ihn. Hab beide. Nice. Zum Glück hat er verschossen, Alter. Meine Güte. Bauch ist weg. Ja, ich komm zu dir. Schumel, ey. Will direkt meinen Bauch. Oh, ich muss erst mal mich heilen hier. Was haben die da so lange gemacht, ey? Gelootet. Ich komm zu dir. Hm. Hier sind zwei. Scaf. Ich bin da. Scaf. Ich bin tot. Ich hab ihn schon gehört und hab geklickt, aber es ist nix passiert. Junge, wenn ein Gegner ankommt, dann muss ich doch ein Surfkit nicht erst wieder zusammenklicken, Junge. Dann schmeiß ich das hin. Ich verstehe halt nicht, warum die Scafs sich nicht bewegen, die ich da hatte. Mein Gott. Oh, come on. Ja, ist gut. Ist gut. Will mich verarschen gerade. Ich bin so hart am A. Oh, ey. Ich bin hier. Meine Güte, kommt da ein Spieler an oder was? Die wollen mir alle auf den Sack gehen hier. Ich habe doch hier gerade was zu tun im Busch. Oh, die Außenränder. Richtig bekloppt. Ist ja nicht so, dass er hier noch nicht alt ist. Ich habe keine Amor an. Ich habe keine Amor an. Ich habe keine Amor an. Lass das Handtischchen fallen und wehr dich. Habe ich schon fallen lassen. Danke. Ich habe keine Amor an. Ich wusste ja, irgendeiner war hier. Hat aber keinen Strom angemacht, glaube ich. Habt ihr den gesehen? War der rechts von mir straight? Ich habe ihn nicht mitbekommen, Alter. Wenn du deine Ecke besser checken würdest. Willst du, du Klugscheißer? Check du mal deine Ecken. Fällst genauso um. Gleich weg, Bun. Big Mac, Bun den weg. Du hast nicht nur hingeschaut. Er war direkt vor mir. So, pass auf. Pass auf. Jetzt. 0,12. Jetzt geht's los. Da. An meiner Waffe. Rechts war er. Ich habe tatsächlich ihn dadurch nicht gesehen. Egal. Ich bin tot. Scheiße. Ich habe schon wieder keine Nate eingepackt, um die Raider zu forcen. Raider sind da. Weiß ich noch nicht. Ja, ich mache. Ab, fertig. Er hat's durch. Dann kannst du den Rest haben. Ja. Los, los. Wo sind die? Wo ist der Hauptraum? Mitte. Hauptraum? Ja, ja, komm hier. Alles klar. Wo ist denn mein zweiter? Da vorne. Scheiße. Komm ich. Oh, ich bin tot. Ja. Spieler links. An der Tür oder was? Gar nichts gehört. Oben. Über den Salzsäckner. Ja, von der Rampe wahrscheinlich, ja. Ja, aber links war der Schuss. Ich habe keinen Aim-Dings gesehen. Entweder ist er auch hier, aber ich glaube nicht, dass er hier links ist. Kannst du vorne gucken, während ich links rum gucke? Ja, ich gucke hier. Okay. Da. Zwei, ne? Ja. Ich habe ihn. Ich habe den anderen. Oh, andere Richtung, andere Richtung. Ja. Ich bin heavily hit. Ich muss mich hier gerade weg. Wo? Hinten rechts? Ganz lang durch. Scheiße, mein Bauch ist weg. Ich muss auch Max ein bisschen reklickern. Waren das jetzt zwei Pistoleros hier? Oder was war das? Nee, einer nicht. Einer war Pistolero, der andere hat noch eine andere Knarre dabei gehabt. Der Typ mit den anderen Knarre... Er hat gerade Glas kaputt gemacht. Ich weiß gerade, wo hier Glas ist. Das ist ja nur hier im... Er ist bei mir. Ich habe ihn leider nicht erwischt. Oh, fuck hat mich. Er ist rausgekommen. Also raus rechts. Er ist wieder rumgelaufen. Er ist ja noch immer der im Gang. Nee, er ist nicht. Er ist rechts hoch. Ja. Oh. Ich hab gedacht, die ist weiter geflogen.